Willkommen zu einer neuen Folge von TubeTycoon. Im letzten Fall haben wir schon PK-Monzo richtig auseinandergenommen. Und es hat uns schon, glaube ich, 100 Abonnenten eingebracht. Kann das sein? Unsere Finanzen sehen ziemlich schlecht aus. Deswegen würde ich vorschlagen, gucken wir doch mal, was wir hier noch spielen können. Ich muss ja sagen, Grand Theft Vehicle 5 klingt echt interessant. Das Problem ist ja auch kein Geld. Shit. Was machen wir jetzt? Ach, guck. Wir könnten TubeTycoon in TubeTycoon-Netz planen. Das ist natürlich mal eine gute Option. Kostet nämlich auch kein Geld. You lack energy. Ach, leck mich doch. Ich lecke was auch immer. Oh shit, wir sind volle Minos. Wir müssen jetzt irgendwie ganz, ganz schnell irgendwie ein Spiel aufnehmen. Hä? Lack of money? Das Spiel kostet 0 Dollar. Wieso? Warum kann ich das jetzt nicht kaufen? Das verstehe ich nicht. Bin ich jetzt dumm? Oder ist das Spiel ein bisschen dämlich? Was soll ich denn jetzt machen? Game can be continued? Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann machen wir das noch schnell. Und holen da einfach irgendwas raus. Ist mir völlig egal. Das Interesse ist auch wieder da. Sollten wir das schnellstens machen. Ich brauche Geld. Mario, hilf mir. Bitte. Ja, ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Los, los. Sehr schön. Wir sind schon wieder im Plus. Los, jetzt können wir noch ein bisschen hier Mario ausschlachten. Einfach so wie Nintendo das auch gerne macht. Hä, aber warum sind wir jetzt wieder im Minus? Das verstehe ich nicht. Wir hatten doch gerade Minus 3 und jetzt sind wir wieder bei Minus 6. Warum? Was ist das? Mach Videos, du Opfer. Los. Ich bin mir 100% sicher. Wenn wir die Titel bearbeiten könnten, dann würde das übelst was bringen. Weil, guck mal. Let's Play Morio. Allein das Play, das muss groß, Mann. Das schreibt man nicht klein. Recommendation. Nutzer Zagreini TÜV TV hat dein Video gefallen. Also, gefällt es. Plus 63 Abonnenten. Was? Was ist das jetzt? Und wir haben einen Kommentar. Versuche eine bessere Kamera zu verwenden. Das ist ein Let's Play. Bäh. Okay. Gut, aber wie? Wir brauchen einfach Minecraft, Mann. Das Spiel bringt übelst Money in die Kasse. Das ist sowjetig mit euch. Deswegen kommt man da auch so schwer ran. Mann. Wir kommen nicht aus dem Minus. Weißt du was? Ich mach einfach. Aber ich geh erstmal pennen und dann mach ich weiter. 10 Tage. Minus 13. Warum minus 13? Okay, ich seh's gerade hier. Videos aufnehmen kostet 3 Dollar. Und die Rente, ach Quatsch, die Rente, die Miete ist das, ne? Die kostet 10 Dollar. Alles klar, also minus 13. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie, wir dürfen keine Videos aufnehmen. Aber wir müssen doch Geld verdienen. Da seh ich das jetzt falsch. Vor allem frage ich mich auch, was ist denn jetzt so schlimm daran, dass wir im Minus sind? Ich mein, klar, diese Miete kostet irgendwie 10 oder so. Aber obwohl wir im Minus sind, können wir das ja bezahlen. Das ist doch komplett unlogisch, aber keine Ahnung. Oh, irgendwie hat's ja keine Konsequenzen oder übersehe ich daran was? Vor allem Mario geht's so ab. Alter, hier, es gibt 2 Dollar. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt ein Video aufnehme, sind wieder 3 weg. Also ist das das komplette Verlustgeschäft. Was soll ich denn da machen? Das muss doch irgendwie... Ich mach jetzt noch eine letzte Episode von Mario. Vielleicht sollte ich auch einfach weniger Videos machen. Ich mein, Alter, wir haben schon wieder 20 Parts von Mario. Das ist richtig viel eigentlich. Und so sind wir jetzt auch schon wieder bei Minus 10. Und wenn ich mir jetzt einfach mal ein Spiel hole, was nichts kostet, nämlich hier, Tube Tycoon Black of Money. Nehmen wir uns halt Floppy Bird wieder her. Das hat doch übelst reingehauen, oder nicht? Das Interesse ist auch fast wieder voll. Also komm, hauen wir da halt mal rein. Was juckt's denn eigentlich? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hab das Gefühl, ich hab nicht das Zeug zum großen YouTuber hier in Tube Tycoon. Ah, guck, guck hier. 4 Geld, 3 Geld. Ja, nice, nice. Minus 5. Alter, Floppy Bird. Yo! Yo! Floppy Bird, bad luck. Was? Wieso hat... Was? Musik, hier hat dein Video gehatet. Minus 23 Minuten. Ja, ist mir egal, ob ich hab Geld. Alter, was? Geil. Jetzt komm. You lack energy. Okay, okay, okay. Geh pen. Geh pen. Minus 12. Scheißegal. Los. Flappy Bird. Ja, komm, wir brauchen nur noch so ein bisschen Geld. Nur noch ein bisschen Geld. Ich frag mich halt auch, was passiert, wenn unsere Energieleiste komplett leer ist? Sind wir dann irgendwie tot? Ist das Spiel dann vorbei? Oder... Ach, guck. Karolek hat unser Video geliked. Jetzt haben wir zwei Abonnenten bekommen. Geil. Okay, also normalerweise, wenn wir jetzt noch einmal das aufnehmen, dann müssten wir eigentlich im Plus sein. Oder nicht? Normalerweise schon. Gut, von Part 14 auf 15 hat jetzt die Nachfrage extrem nachgelassen. Das kann man schon sagen. Außerdem bin ich so gut wie tot. Aber wir haben wieder 0 Dollar. Das ist gut. Wir haben 0 Dollar. Ich freu mich. Super. Und wisst ihr was? Das ist mir komplett egal. Ich klatsche jetzt hier Floppy Bird rein. Und wenn ich dann sterbe, ist mir scheißegal. Ich mache jetzt Floppy Bird. Ach so. Kann ich nicht. Ach so. Das ist also die Konsequenz. Okay. Problem ist halt immer, wenn wir pennen, dann kostet es 11 Dollar. Und dann nochmal minus 2. Weil... Das ist ja unfair. Ist ja unfair. Die Steuer 23%. Was zur Hölle. Was stand da gerade? Das stand gerade irgendwas. Mit Brightness. Ich mache nochmal eine letzte Folge von Floppy Bird. Und ansonsten nehme ich mir hier nochmal ein Spiel. Und zwar einfach Morioh. Spiele ich jetzt einfach mal. Ich hoffe einfach, dass Morioh wieder so geil abgeht wie früher. Und nochmal die letzte Episode von Floppy Bird. Komm schon. Gib mir nochmal ein bisschen Geld, Mann. Please. Sie geht besser als die Folge 16. Das ist sehr gut. Komm schon, Morioh. Du musst mich wieder retten. Können wir jetzt mal langsam Minecraft spielen? Nein, immer noch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. So ein Kack. Und hier ist alles Minecraft. Minecraft. Gather your mates and make a series like no other. Alles klar. Ja, da will ich hin. Also, Minecraft mit anderen Leuten auf wem. Ja, das ist natürlich auch eigentlich ziemlich erfolgreich. Wenn man sich mal so auf YouTube umguckt. Das stimmt schon. Eingehend ist das Spiel auf jeden Fall sehr realistisch. Ich mache jetzt einfach nochmal zwei Mario-Videos. Kann ich gar nicht. Scheiße. Aber ich finde es interessant. Mann, Mario hält sich hier echt gut. Wobei, jetzt geht es sogar wieder hoch. Wir kriegen jetzt wieder drei Geld. Oha. Alter. Delarack hat unser Video geleitet. Wir haben wie viel? 26 Emoniten dazu bekommen. Geil. Wir sind fast 500. Krass. Ich will eigentlich nicht pennen. Weil wenn ich jetzt nochmal vier bekommen würde, wäre ich wieder ein Plus. Aber ich muss pennen. So eine Scheiße. Minus 15. Natürlich. Wie soll man denn jemals aus dem Minus wieder rauskaufen? Wir müssen es halt irgendwie schaffen, diese Slots hier freizuschalten. Weil, naja. Dann können wir mehrere Videos gleichzeitig machen. Und dann gibt es auch mehr Geld. Awesome Work. Geil. Danke Rockspider 102. Vielen Dank. Das ist ja mal richtig geil. Und hier. It could be better. Mac or PC? Mario. Ja, das ist auf jeden Fall auf Mac, oder? Ne, Linux. Boom. You suck. Ja, du suckst doch selber, Furman, Alter. Du kannst gar nichts. Aber immerhin kriegen wir mal Kommentare. Das ist ja mal richtig cool. Jetzt hier. Mach nochmal Mario. Und nochmal Mario. Und dann hoffentlich kommen wir irgendwann aus diesem Minus raus. Achso, und falls ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt die gerne in die Kommentare, weil irgendwie, ich sehe gerade hier noch nicht ganz, wie ich aus dieser Misere wieder rauskomme. Was ich aber ganz gerne tun würde, weil so ist das halt, naja, ein bisschen ungünstig, wenn man halt die ganze Zeit nur Minus macht. Oha, oha, der sieht ja aus wie dieser eine, äh, das sieht aus wie, achso, das sind ja, achso, diese Avatare sind echt ein YouTube-Kanel nachempfunden. Das hier ist, glaube ich, dieser eine von dem Minecraft-Entwickler-Team. Ah, der hat so ein Profilbild. Ich glaube, Jab ist das. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, er wird auch keinen Scheiß erzählen. Und wir können nochmal Mario aufnehmen. Komm schon. Einfach, gib mir einfach 7 Dollar oder so. Damit wir einfach nicht komplett wieder versinken. 1, 2, na gut, immerhin 2 Dollar. Aber jetzt müssen wir wieder pennen und dann minus 18, es wird immer mehr. Verdammte Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Und wir können immer noch kein Minecraft spielen, warum nicht? Oh, guck, ja, zweiter und dritter Aufnahmeslot. Jawohl, geil, kaufen, super. Denn jetzt können wir hier, jetzt können wir hier Floppy Bird und Mario auf derselben, zur selben Zeit aufnehmen. Und normalerweise sollte das jetzt richtig viel Geld geben, weil das sind unsere zwei besten Spiele. Andererseits, na, das Interesse hier könnte echt höher sein. Aber guck mal, schon 29 Folgen läuft eigentlich immer noch echt gut. Also normalerweise kann man sich da nicht drüber beschweren. Und hier nochmal Kommentare. Sorry, dope. Sorry, dope. It was boring. Sorry, dope. Hm, sind anscheinend Nintendo-Hater oder so. Great Montage. OMG, unsub. That movie makes no sense. Ich konnte nichts Interessantes in diesem Video finden. Deine Videos sind scheiße. Hol dir ein Leben. Scheiß Hater. Ich nehme einfach jetzt nochmal hier ein bisschen was auf. You lack energy. Warum? Hier ist doch noch alles genug da. Ist doch alles okay. Was? Bitte was? Minus 166 Video... Ja, genau. Ja, minus 166 Videos. Natürlich. Minus 166 Abonnenten. Warum? Warum? Wie krank, Alter. Aber das heißt ja auch, dass wir schon über 500 hatten. Coole Sache. Aber ja, was uns an Tag 16 erwartet, das sehen wir im nächsten Part. Ich danke euch fürs Ansehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut raus. Ciao. Bis morgen. Noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.